Ja, danke. Wir werden unser Bestes geben, Melanie. Ja, absolut. Vielen Dank für die sehr nette Vorstellung von uns beiden. Ich glaube, dem haben wir gar nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Es ist perfekt. Ich meine, ich muss schon zu Melanie noch sagen, ich habe sie kennengelernt als der Armin Wolf der österreichischen Podcasterinnen-Szene, als die Sophie Lampel der Universität Innsbruck. Beides Phänomene, die wir hier kennenlernen werden, weil es schon in Österreich die Besonderheit ist, also wir haben ein sehr hohes Autoritätsgefälle, wir haben Institutionen und große Ehrfurcht, sowohl bei den Menschen, die diesen Institutionen ausgeliefert sind, als bei denen, die sie betreiben, vorwechselweise einander. Und da gibt es einige Menschen, die diese Grenzen überwinden können oder überschreiten können und die Melanie ist eben eine davon. Ja. Na, danke schön. Das war eine Liebeserklärung. Vielen Dank, Lothar. Jetzt war ich ganz rot. Ja, wir wollen, wie gesagt, schauen wir mal ein bisschen in die Podcast-Landschaft Österreich hinein. Ich kann gleich vorweg schicken, es ist auch in Österreich so, dass wir so etwas wie eine Welle erleben, die gerade sich in diesem Jahr zugespitzt hat. Wir werden da einen Blick darauf werfen. Ich wurde eingangs gefragt, ob das jetzt bei der Podcast-Landschaft Österreich fünf Minuten Vortrag und 25 Minuten Fragezeit werden wird. Nein, das wird es nicht werden, weil es gibt so einiges in Österreich, was wir euch da gerne vorstellen möchten. Und ich denke, was in dem Fall vielleicht gerade auch für euch, die ihr da vielleicht jetzt gerade erstmals so ein bisschen einen Blick hineinwerft, um dieses ganze Setting in Österreich so ein bisschen zu verstehen, macht es vielleicht Sinn, dass wir einen kurzen Blick in die Geschichte zunächst einmal werfen, wo der Lothar prädestiniert dafür ist. Altersmäßig, weil da warst du doch gar nicht auf der Welt. Wir schreiben das Jahr 1998. 1998, das ist schon ewig her, aber um Österreich zu verstehen in seiner Audiolandschaft, muss man, glaube ich, wirklich in dieses Jahr gehen, weil bis 1998 gab es keine Privatsender. Es gab wirklich drei österreichische Radiosender, Österreich 1, Österreich 2, Österreich 3 und die Programme waren durchgeschaltet. Also Österreich 1 und Österreich 3 hat zum Mittag das Mittagsjournal gespielt. Beide, während dazwischen auf Österreich 2 die Kirchenglocken gespielt wurden, in der Sendung Autofahrer unterwegs. Und das war also wirklich höchste Zeit und wir waren noch vor Albanien, dass diese Landschaft auch aufgeweitet wurde. In den Nachrichten im Fernsehen war im ORF 1 die Zeit im Bild durchgeschaltet auf ORF 2. Das heißt, die haben alle das Gleiche gesehen und nur besonders glückliche Regionen konnten zum Beispiel an das tschechische Fernsehen sehen und hatten eine Ergänzung zu ihrem Programm. Das war alles bis 1998 und Radio 1476 ist ein Phänomen, das bereits ein Jahr vorher privaten Gruppen ermöglicht hat, so wie heute die Podcasterinnen und Podcaster eigentlich solche Gruppen darstellen, in irgendeinem ORF-Rahmen zu senden und zwar auf der ungefährlichen Mittelwelle auf 1476 Kilohertz, weil dieser Sender hätte sonst gesprengt werden müssen und man hätte die Frequenz verloren. Jetzt hat man gesagt, besser wir öffnen das ein Jahr vor der Privatisierung Gruppen, die senden möchten. Aber das war so praktisch diese freie Radiolandschaft, die sich hier in diesem Feld zwischen ORF und Volkshochschulen entwickelt hat. Also dass das entstehen konnte, ist überhaupt ein Wunder. Wir werden das Wort Wunder auch später noch einmal kurz in den Mund nehmen. Wir werden es nur merken, das Wort Wunder einmal kurz noch festhalten. Ja, und dann kam das Jahr 1998, dann kamen die Privatsender, dann kamen die freien Radios mit ihrer Landschaft und mit ihren Fähigkeiten, nämlich Menschen anzusprechen, aktive Senderinnen und Sender zu werden. Das ist der geschichtliche Aufriss. 2002, glaube ich, habe ich wen getroffen in der Volkshochschule, der hat gesagt, weißt du was Podcasts sind? Und keine Ahnung, ich verstehe das Konzept auch nicht. Das hat damals so langsam begonnen. Und dann kam die Podcastwelle 1 auch in Österreich, Nachrichten aus dem Klo gesprochen, so hat es sich angehört. Dann kam die Podcastwelle 2, das waren die Tim Britloff Headsets und Auphonic, großartige Geschichte. Und die Podcastwelle 3, das ist eben das, worüber Tim gestern gesprochen hat, ist jetzt auch bei uns. Und da werden wir dann noch eben genau hinkommen. Genau. Also wir haben dann eine Vielzahl von diesem, um das so jetzt ein bisschen abzudecken, was der Lothar schon angedeutet hat, ganz kurz. Wir haben das, wie wir es hier nennen, ORF-Imperium, weil der ORF, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, kann man sagen, eine gewisse dominante Rolle einnimmt in der Medienlandschaft. Und haben dort natürlich auch die vergleichbare Situation wie in Deutschland mit deren Angeboten im Radiobereich oder auch im Fernsehbereich, die zur Verfügung gestellt werden, haben hier auch dieses Wochenspiel. Also auch bei uns sind die Inhalte für eine Woche online. Und wenn man Mitglied ist, zum Beispiel beim Radio Ö1, dann hat man 30 Tage Zeit. Gegen Gebühr. Gegen Gebühr. Ja, ja, genau. Das finde ich sehr schlau. Das finden Sie sehr schlau. Ja, ja. Also die sieht man auch, wenn man so einen Blick auf iTunes zum Beispiel wirft, ist Ö1 mit seinen verschiedenen Podcast-Angeboten, beziehungsweise Podcast heißt in diesem Fall ja Zweit-Ausspielungsweg aus dem linearen Programm, sind die recht gut vertreten und sind einige sehr beliebte Formate dabei. Dann hat der Lothar schon angesprochen, mir persönlich auch ein großes Anliegen, weil ich zusätzlich zu meiner Podcasterinnen-Tätigkeit auch schon seit einigen Jahren bei den Freien Radios aktiv bin, in Innsbruck konkret Freirat. Ist eine sehr interessante Landschaft in Österreich, würde ich sagen. Ich höre auch immer wieder, wenn man in Deutschland darüber spricht, dass es da doch Unterschiede gibt von der Tradition und Organisation her, wie Sie sie in Österreich haben. Wir haben gestern schon einen Vortrag dazu sogar gehört. Also da lohnt es sich wirklich einmal reinzuschauen. Die sind auch in einem Verband österreichweit organisiert. Und was ich immer wieder gerne betone, deren Angebote werden schon seit wirklich vielen Jahren konsequent und kontinuierlich nachhaltig zum Download, als Podcast, aber zumindest online archiviert und sind für alle zugänglich. Und zwar nicht nur für beschränkte Zeiträume, sondern wenn sie dort sind, sind sie vorhanden. Es sind tausende Audioaufzeichnungen, die da schon seit Jahren online gesammelt werden. Also das, finde ich, ist so ein Spezifikum in Österreich, wo man wirklich gerne mal einen Blick drauf werfen kann. Das lohnt sich. Wir haben dann die Privatsender und da haben wir einen Speziellen, den der Lothar immer wieder gerne erwähnt, weil er da die eine oder andere Anekdote dazu hat und die man vielleicht auch das eine, vielleicht nicht allzu überraschend ist in einem Österreich-Kontext, zumindest von außen betrachtet. Ja, nämlich Radio Maria, das ist so im Dark Web. Das ist eine erstaunliche Landschaft mit einem Imperium an verschiedenen Sendereihen und Audiostücken und wir hören einfach einmal rein. 12.30 Uhr, Zeit auf Radio Maria für die Sendung Einmaleins des Glaubens. In den letzten Wochen haben wir hier Vorträge von Pater Hans Buob gehört über die Krankensalbung. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Sakrament, nämlich die Beichte. Sie hören dazu ein Gespräch aus einer Spirit-Sendung mit dem Passionistenpater Lukas Temme. Das Bußsakrament, neue Chance für das Leben. Ja, und die Audioqualität ist definitiv nicht aus dem Klo. Das heißt, die haben wirklich auch eine Infrastruktur, die gut ist. Sie haben einen Verbreitungsweg, aber all das ohne Anbindung an eine Podcasterinnen-Szene oder an eine freie Radio-Szene. Das heißt, das ist etwas, was ein interessantes Phänomen ist, weil es so eine Parallelgesellschaft auch ist, die hier stattfindet. Und wir haben es wirklich schwer in Österreich, auch diese vielen Angebote der freien Radios in irgendeiner Weise jetzt mit Podcastwelle 3 in Verbindung zu bringen, weil einfach die Denke so anders ist. Genau, also Radio Maria hat auch eine unfassbar starke Frequenz, also überall dort, wo man keinen Radiosender mehr über UKW reinbekommt. Radio Maria schafft es mit Sicherheit. Das ist ein wirklich interessantes Phänomen. Die sind auch recht gut aufgestellt und da gibt es doch die Leute, die beim Einstellen helfen. Ja, mein Onkel, also ich habe wenig Kontakt zu ihm jetzt, leider, aber meines Wissens ist er Einstellhelfer Mostviertel West für Radio Maria. Mostviertel ist eines der vier Viertel von Niederösterreich und da gibt es Menschen, die haben Radios, aber können Radio Maria nicht einstellen. Deswegen ist er ein Einstellhelfer Mostviertel West und hilft den Menschen, Radio Maria ins Radio einzustellen. Ja, vielleicht wäre das ja eine gute Idee, vielleicht sollten wir Botcatcher-Installateure durch die Lande ziehen lassen. Das wäre doch mal, das ist doch eine gute Inspiration, oder? Also man kann da was lernen. Man kann was lernen, absolut, ja. Wobei, glaube ich, auch umgekehrt etwas zu lernen da wäre und vielleicht können wir ja mal wen einladen auf eine unserer kommenden Subscribes. Nein, das weiß ich ja nicht. Also die Monetarisierung, Spenden, Lukrierung, High-End. Also das würde mich echt wundern, wenn wir da nichts lernen könnten. Ja, wir haben, gehen wir weiter in der österreichischen Podcast-Landschaft und die Claudia hat es ja eingangs schon erwähnt, dass ich das Podcasting-Meetup Österreich organisiere, gemeinsam mit dem Stefan Haslinger. Und wir haben da in den letzten zwei Jahren kontinuierlich Zuwachs. Also es gibt in dieser freien Podcast-Welt, wie wir sie ja gerne bezeichnen, einige Podcasterinnen und Podcaster in Österreich und zwar über alle Themenbereiche hinweg. Einige davon sind auch hier bei der Subscribe, viele schon zum zweiten oder dritten Mal. Und was wir dort auch initiiert haben, ist eine Webseite, die heißt podcasterei.at und da haben wir alle Podcasts, die in diesem Bereich schon sich vor allem auch im Hinblick auf Vernetzung interessiert haben, aufgelistet. Also da kann ich nur empfehlen, einen Blick drauf zu werfen. Also wir wollen jetzt nicht über die Podcasts reden, die es in Österreich gibt, die im Rahmen der Subscribe schon da sind oder aufgeschlagen haben oder organisiert sind oder angebunden sind, sondern über die anderen, die jetzt gerade entstehen in dieser Podcast-Welle 3. Und da müssen wir, glaube ich, kurz das Armin-Wolf-Phänomen schildern, an die, die es nicht kennen, die nicht aus Österreich sind. Das ist ein Fernsehnachrichten-Ankerman für die Zeit in Bild 2. Ab 22 Uhr kann man auch auf 3SAT sehen und er hat in seiner Sendung sehr stark mit aufgebaut, Live-Interviews mit Politikerinnen und Politikern und der unterbricht sie auch. Und eines darf man in Österreich nicht, Politikerinnen und Politiker unterbrechen. Dementsprechend schlecht ist die Nachrede, also was dann immer dann in den Zeitungen oder auch in den sozialen Medien über ihn herfällt, wenn er eben den Landeshauptmann von Niederösterreich nicht zu seinem Amtsende huldigt, sondern siebenmal unterbricht, weil er einfach siebenmal die Frage nicht beantwortet hat. Und das ist in Österreich ganz schwierig an die Zuseherinnen und Zuseher zu bringen. Aber er lehnt sich sehr weit raus, weil er gut ist, nicht? Also journalistisch gut, er ist wasserdicht in seiner Vorbereitung, er ist offen, also erkennbar fair, also er behandelt die Grünen genau gleich schlecht wie die Blauen und das ist gut so, aber er ist einfach wirklich am letzten Stand der journalistischen Dinge und damit kann er sich viel erlauben und die Leute spüren, dass das in Ordnung ist letztlich, auch wenn es so wehtut. Er ist auf Twitter sehr aktiv und überschreitet, aber aufgrund seiner Professionalität recht lässig so Autoritätsgrenzen. Und das Sophie-Lampel-Phänomen, von dem wir eingangs gesprochen haben, Sophie Lampel ist die Pressesprecherin vom Wissenschaftsminister und die macht das über Twitter einfach wirklich von ihrer Persönlichkeit her, dass sie sagt, also wir sind Weltraumminister oder der Chef will wieder jemanden, einen Österreicher ins All schicken. Ich wüsste schon drei. Und so macht sie die Pressesprecherinnenarbeit und das ist großartig, weil sie nämlich genau in diese große Kluft hineinsteigt, mit ihrer Person diese Welten verbindet. Und deswegen ist es auch interessant, eben Uni Innsbruck, die natürlich auch eine Einrichtung ist, man kann, also ich jetzt als Radiojournalist, könnte nie an einer Presseabteilung arbeiten, weil ich einfach dann meine Radiointegrität verlieren würde. Die Glaubwürdigkeit wäre beim Teufel. Nur, es ist sehr wohl möglich eben, von diesen Institutionen aus eine Glaubwürdigkeit zu erarbeiten, die eben aufgrund der Persönlichkeit und des Engagements in einer bestehenden, zum Beispiel Podcasterinnen-Landschaft erarbeitet wird. Und diese Glaubwürdigkeit, das ist so dieser hohe Wert, den wir Podcasterinnen hier auch haben. Genau, und was diese Glaubwürdigkeit betrifft, ist jetzt auch in Österreich, wir haben das ja in Deutschland auch schon angesprochen und in Österreich ist es vielleicht auf die Größe des Landes gesehen noch deutlicher. Wir haben das gestern noch einmal recherchiert, es sind in Österreich in diesem Jahr acht Podcasts aus der Journalistik-Ecke entstanden, fünf davon in den letzten drei Monaten. Vier davon stellen wir hier vor. Ja, genau. Weil der fünfte ist auf Pause gerade, auf Bildungskarenz. Also wir haben aus diesem Journalisten-Bereich, haben jetzt auch in Österreich viele Journalistinnen und Journalisten offenbar das Bedürfnis, mit Podcasts einen zusätzlichen Kanal aufzumachen, in dem sie verschiedene Aspekte aus ihrer Arbeit so darstellen können, wie sie es für sich in Fernsehen oder Print in der Form nicht können oder als wertvolle Ergänzung dazu sehen zum Beispiel. Da haben wir die Zeit im Bild schon Listen, zwei davon. Die haben einen Podcast gestartet, was soll das, und stellen auch diese Frage mit verschiedenen Gästen. Der Lothar hat sie da aufgezählt. Die sind in Österreich sehr bekannt, die Leute, die da genannt werden, und unterhalten sich in einem Gesprächsformat auch relativ ausführlich mit den Leuten, die da zu Gast sind, über verschiedene Fragen, die sie in ihrer Fernsehtätigkeit sozusagen in der Form nicht abdecken können. Hören wir doch einfach in den Beginn rein. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Swanson und das hier ist Was soll das? Unseren heutigen Gast kennt man aus Sendungen wie der ZIB2 und aus Ereignissen wie dem aktuellen Wahlkampf. Es ist Peter Vilsmeier himself und auch mit dabei ist Michael Mayrhofer. Hallo Michael. Hallo Patrick, danke dir. Peter Vilsmeier ist bei uns heute da. Wir freuen uns sehr. Er ist ja sowas wie eine lebende Legende in Österreich. Er analysiert die Wahl für den ORF im Fernsehen, zum Beispiel in der ZIB2 nach den Konfrontationen und natürlich ist er auch am kommenden Wahlsonntag mit dabei. Das macht er auf eine einzigartige Weise. Vilsmeier ist Politikwissenschaftler und lehrt in Krems und Graz. Außerdem ist er Gründer des Instituts für Strategieanalysen. Wir hätten jetzt eines gleich fest hier am Anfang. Wir sprechen am Nachmittag des Donnerstags, 12. Oktober. Es gab schon sehr viele Fernsehkonfrontationen. Eine große kommt noch heute Abend, nämlich die Elefantenrunde bei uns im ORF. Da könnte theoretisch noch was passieren. Wir wollen im Podcast hier aber ohnehin einen Schritt zurück machen und uns den Wahlkampf ein bisschen aus einer größeren Perspektive anschauen. Ja, und das Du wird dem Peter Vilsmeier angeboten. Er nimmt es aber nicht an. Das hindert den beiden aber nicht, beim Du zu bleiben, was sehr hübsch ist. Aber man hört in dieser Folge, dass es einfach Peter Vilsmeier nicht gewohnt ist, mit Menschen mit Du zu reden. Offenbar jetzt in einer Medienlandschaft. Ja, also da tun sich auch für die Journalistinnen und Journalisten in ihrer Herangehensweise, die sie bisher hatten, glaube ich, neue Experimentierfelder auf. Wir haben da hier noch eine ähnliche, auch ein Gesprächsformat, ganz offen gesagt, mit zwei Journalistinnen, ein Journalist in Österreich, auch sehr bekannt aus verschiedenen Aktivitäten im Printbereich vor allem oder auch im Fernsehen. Sie haben in Ihrem Format eingangs immer, erklären Sie, wie sozusagen Ihr Verhältnis zu der Person ist, mit der Sie jetzt sprechen werden. Also haben Sie einen sehr journalistischen Anspruch, den Sie in dem Podcast gleich eingangs mit einbringen und klar machen. Und wir sehen schon, wir haben eine leichte Soundcloud-Affinität in Österreich. Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über das strategische Problem der FPÖ mit der ÖVP sprechen möchte, auch aus seiner langjährigen Beobachtung und Erfahrung. Heimo Leposchitz war als Pressesprecher für die FPÖ, dann nach der Parteitrennung für das BZÖ tätig. In der Bundespolitik war er da, beide kennen uns einfach von der Arbeit, haben uns, also wenn ich recherchiert habe bei dir oder im Parlament, bei den Arbeitsanlässen getroffen. Man muss ja sagen, in Österreich sind ja nicht nur sehr viele Journalisten und Politiker per Du, sondern noch mehr, also was ich immer problematisch finde, mit Politikern per Du zu sein, ich persönlich, und eher vermeide, aber es sind natürlich noch mehr Presseleute, Pressemenschen und Journalisten per Du. Ich würde sagen, das ist eine allgemeine Unsitte, gerade bei eher gleichaltrigen Leuten. Wobei wir sagen müssen, für österreichische Verhältnisse sind wir beide eigentlich relativ wenig verhabert. Das stimmt. Genau, also das hat man jetzt gehört, was Sie da eingangs Ihres journalistischen Zugang gleich klären, anfangs. Wir haben dann noch einen Podcast, der ist noch ganz jung, das Falter Radio. Falter ist eine Wochenzeitung in Österreich, die auch begonnen haben. Interessant ist hier der Anspruch, dass Sie sozusagen aus der Redaktion direkt berichten wollen und Sie setzen sich wirklich in der Redaktion an einen Tisch, Mikros auf den Tisch und erzählen, woran Sie gerade erarbeiten, was aktuelle Themen sind und die Journalistinnen, die den Text, die einzelne Beiträge geschrieben haben, erklären, wie es die Recherche war, was die Motivation war, den Beitrag zu gestalten und so weiter. Zwei Stimmen gibt es dann noch aus der Kurierumgebung und die sind 20 Minuten schlank. Das heißt, da ist schon ein bisschen Speed drinnen und erinnert ein wenig an die Lage der Nation. Genau. Und dann natürlich mein Herzensthema Wissenschaft. Ich freue mich sehr, dass es in Innsbruck jetzt einen zweiten Podcast gibt, nämlich den World Politicast. Er ist ein Politikwissenschaftler, Leiter des Instituts für Politikwissenschaft in Innsbruck, der sich mit internationaler Politik befasst und auch ganz interessant beim letzten Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen, das erklärt hat, warum er als Wissenschaftler sich dazu entschieden hat, ein Podcastformat zu starten. Und wir haben das sehr erfolgreich umgesetzt und er ist sehr zufrieden und hat einen Kanal gefunden, um seine Inhalte über die Universität hinaus und alle Kontexte, die er dort verwendet, zu verbreiten. Also eine Empfehlung. Ja, dann gibt es noch aus so ehrwürdigen Einrichtungen wie der Uni Wien, Audimax vom Daniel Messner und vom Technischen Museum. Die haben jetzt eine Ausstellung gemacht, Zukunft der Stadt, und die haben gesagt, wir möchten auch was machen. Und immer wenn es um Podcasts geht, dann machen sie dann auch wirklich jetzt mittlerweile mit und haben angefragt, ob jetzt in diesem Fall ich Episoden für sie machen kann zu den Themen der Ausstellung. Gerne und interessant ist dabei, dass die Flüsse im Museum, also wer entscheidet, wie, was, noch ganz schwer sind. Also ich kann mit meiner Art zu Podcasten noch ganz schlecht umgehen mit Entscheidungsfindungen. Wer soll Gast sein? Wann wird die Episode aufgenommen? Wie wird sie veröffentlicht? Und ich bin relativ schnell und schmutzig und dann ist immer große Stille einige Wochen und plötzlich kommt wieder eine klare Vorstellung, wie es weitergeht. Also da ist noch wirklich in den Institutionen her einfach viel Interesse, aber auch vorhanden. Dann noch eine kleine Erfolgsgeschichte im Rahmen des Podcasting-Meetups Österreich. Da haben uns vor einigen Monaten zwei an Zeitgeschichte interessierte Leute kontaktiert, die mit einer Idee zu uns gekommen sind und dann relativ eng an uns entlang sozusagen mit Tipps, die es dazu gibt, ein sehr schönes Podcast-Format entwickelt haben mit dem Titel Stubat, wo es sich auch wirklich lohnt, reinzuhören. Stubat ist, glaube ich, die Stube, oder? Man sitzt sich zusammen und spricht auf Vorarlbergerisch. Ja, was fehlt in der ganzen Landschaft? Das Subscribe-Button, Kapitelmarken, Shownotes und das Podcast-Meetup in Wien versucht eben genau diese Elemente auch den Menschen, die jetzt neue Podcasten vorzustellen, damit eben diese wunderbare Landschaft hier auch den Hörer, den man da vielleicht sieht, nicht ganz alleine lässt. Dankeschön. Vielen Dank an euch beide. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ihr habt jetzt alles da, da hinten? Georg? Ein Österreicher. Ui. Nur eine Detailfrage, dieses Radio Maria, wird das wirklich terrestrisch ausgestrahlt in Österreich? Aber nur in Wien oder was? Oder ganz Österreich? Also ich kriege es in Innsbruck auch gut rein. Interessant ist in Österreich immer die Tunnelfrage. Es gibt ganz viele Hörer, die sich beschweren, dass Ö1 nicht im Tunnel geht. Ich bin mir sicher, Radio Maria geht im Tunnel. Also Radio Maria, ich würde sehr davon abraten, da die Finger nur hinzutun, weil wenn da einmal klebt, die kriegst du nicht mehr los. Und sie sind unheimlich impertinent in dem, was sie tun. Und das ist nicht nur in Österreich so, sondern das ist eine weltweite Bewegung, die da drinnen ist, wo echt die militanten Katholen unterwegs sind. In Polen haben die massiven Einfluss auf die Regierung unter anderem. Also das ist nicht so, da spielen wir jetzt ein bisschen. Tag nicht ist super, was du gesagt hast. Also als Journalist würde man jetzt sagen, wir haben jetzt leider niemanden von Radio Maria hier, den wir jetzt hören könnten. Wir werden versuchen, diese Stellungnahme nachzureichen. Könnt ihr noch ganz kurz was sagen zu der Unsubscribed, die in Österreich mal war? Wie das angekommen ist, ob es da Bestrebungen gibt, das nochmal zu machen? Ja, also das war letztes Jahr eine Veranstaltung im Juni 2016. Da hat Tim Britlaff die Idee gehabt, man könnte mal einen sozusagen kleineren Ableger der großen Subscribe in den, so lokal verteilt, außerhalb Berlins oder Münchens machen. Und da war eben Wien die Idee und da haben wir dann einen wirklich sehr gelungenen Titel Unsubscribed dafür gefunden. Also nicht die Subscribed, die Unsubscribed. Und das ist in Wien sehr erfolgreich gewesen. Also da waren auch, wir haben dort einen ganzen Tag Programm gestaltet, auch wieder aus der Community heraus. Jeder konnte seine Formate vorstellen, Ideen präsentieren. Und wir haben da einen ganzen Tag von morgens bis abends gestaltet und in einer ähnlichen Logik wie hier bei der Subscribe haben das auch aufgezeichnet. Das ist übrigens alles auch online auf dem Sendezentrum, YouTube-Channel zu sehen vom letzten Jahr. Sehr gut angekommen. Es war noch wirklich, wenn man es auf österreichische Verhältnisse sieht, sehr viele Leute da gut besucht. War schön. Also wieder die weiteren Ambitionen sein, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Kann ich vielleicht gerade noch ergänzen, ein Blick in die Zukunft. Wir hatten das Wissenschaftspodcaster-Innen-Treffen in Innsbruck, ganz ohr. Und im nächsten Jahr habe ich jetzt Kontakte geknüpft mit der Wissenschaftsredaktion von Österreich 1. Sie denken darüber nach, ob Sie das anbieten könnten, uns nach Wien einzuladen. Das heißt jetzt diese Teilmenge der Wissenschaftspodcasterinnen als ersten Versuch einmal so etwas zu machen, um dann möglicherweise in einem zweiten Schritt dann die Subscribe vielleicht einmal einzuladen nach Wien in eine Ö1-Infrastruktur. Wobei die natürlich Geldsorgen haben, weil sobald mehr Leute kommen, müssen sie ein Studio mieten und es geht dann nicht mehr nur um die Getränke. Sie finden es aber hochinteressant, die Geschichte und möchten genauso wie der Bayerische Rundfunk auch freundschaftlich und interessiert in Verbindung treten. Sie finden es aber hochinteressant, wie der Bayerische Rundfunk auch freundschaftlich und interessiert in Verbindung treten.